Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Ziel Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Ziel zu haben bedeutet, dass wir an morgen glauben und bereit sind, heute hart zu arbeiten, um unsere Träume zu verwirklichen. Ein Ziel zu haben bedeutet, dass wir an morgen glauben und bereit sind, heute hart zu arbeiten, um unsere Träume zu verwirklichen. Ziele sind wie Puzzleteile, die sich zu einem Bild unseres erfolgreichen Lebens zusammenfügen. Ziele sind wie Puzzleteile, die sich zu einem Bild unseres erfolgreichen Lebens zusammenfügen. Ziele geben uns den Antrieb, über uns selbst hinauszuwachsen. Ziele geben uns den Antrieb, über uns selbst hinauszuwachsen. Ziele sind wie Bunte Luftballons, die unseren Alltag bereichern und erfüllen. Die Kunst des Lebens besteht darin, sich Ziele zu setzen und gleichzeitig den Weg zu genießen, denn das Ziel ist nur ein Teil der Reise. Ziele sind wie Sonnenstrahlen an einem regnerischen Tag. Sie bringen Licht und Wärme in unser Leben. Ziele sind wie Sonnenstrahlen an einem regnerischen Tag. Sie bringen Licht und Wärme in unser Leben. Ziele sind wie Sonnenstrahlen an einem regnerischen Tag. Sie bringen Licht und Wärme in unser Leben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann, wie Sie, die Sonnenstrahlen an einem Regnerischen Tag. Vielen Dank.